Musik Für diese Männer ist Zeit der entscheidende Faktor. Rettungseinsätze sind nur dann effektiv, wenn der Zielort möglichst schnell erreicht wird. Doch nicht jeder reagiert angemessen auf Blaulicht und Martinshorn und hier hilft Greenway. Ein System ermittelt via GPS den genauen Standort des Einsatzfahrzeuges und schaltet in Fahrtrichtung alle Ampelanlagen auf grün. Die Einsatzkräfte erreichen etwa 25 Prozent schneller Erziel. Damit können Menschenleben gerettet werden oder auch Feuer besser bekämpft werden. Und der zweite Fakt ist, die Fahrt erfolgt unfallfreier über die Kreuzung, denn sie fahren ja bei grün. Greenway Systems wurde vor zwölf Jahren mit innovativen Ideen gegründet. Inzwischen gibt es über 20 Mitarbeiter. Der Umsatz hat sich vervielfacht und die Ideen sind längst patentiert. Der Verkehr auf Europas Straßen wird immer dichter. Dynamische Leitsysteme von Greenway können helfen. Das System TrafficSafe beispielsweise ermittelt mit Sensoren vor Gefahrenstellen den Verkehrsfluss. Fällt die Durchschnittsgeschwindigkeit unter einen bestimmten Wert, erfolgt eine Alarmmeldung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele Autofahrer auf solche aktuellen Warnungen besser reagieren. Die Unfallgefahr sinkt nachweislich. Greenway ist mit diesen Anlagen Marktführer in Deutschland und bietet seine Leistungen auch europaweit an. Schnelligkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit des Unternehmens zahlen sich aus. Wir sind in der Lage mittlerweile innerhalb von 24 Stunden eine Komplettanlage zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Und ich bin fest überzeugt, dass wir diese Aufgabe auch in der Zukunft bewältigen und damit weiter wachsen und unsere Stärke ausbauen.